Hallo, heute ist der 11. Mai. Jetzt hat es vorgestern Nacht geregnet und gestern der ganze Tag geregnet und der Boden ist jetzt etwas feuchter. Die Frühtracht ist vorbei, kurz vor dem Schleudern und nun blüht bei uns die Akazie und durch die Feuchtigkeit der letzten zwei Tage haben wir dementsprechend auch schon Massentracht. Ich hoffe, dass es mit der Akazie dieses Jahr, diesmal was wird. Die letzten zwei Jahre war sie eher mau. Die Frühtracht ist noch oben aufgesetzt. Damit die Akazietracht ziemlich rein bleibt, habe ich die Flachsagen dazwischen gesetzt. Schauen wir mal, ob es was wird. So, das war es von imkerei-kreichgau.de und tschüss.